Wieso ist der jetzt auf einmal in diesem Teil drin? Irgendwas ist am Strand gelandet. Sehr schön. Hier haben wir noch ein bisschen Verstärkungsmaterial. Die kann man immer bebrauchen, obwohl es nur Granaten sind. Was ein bisschen blöd ist, weil ich mit Granaten echt nicht so umgehen kann wie mit dem anderen Kram. Noch eine Granate und ein Jetpack. Ah, okay. Mal sehen, was wir uns daraus machen. Nein! Hey, du die Saftnase! Verdammt! Wollen wir da abschießen? Ah, keine Ahnung. Wahrscheinlich mich. Also, hier meinen, den Wurm. Okay. Zuerst mal mit der Bazooka den da runter holen. Ich hoffe das funktioniert. Nein! Drei Leben. Na klasse. Gibt das jetzt? Boah, zum Glück hat er mich jetzt nicht da irgendwo weggesprengt. Ja, ja, Captain aufs Schiff schaffen. Was, wieso kann ich denn jetzt nicht beendet? Wow, shit. Äh... Ja. Das bedeutet wohl, nochmal das Ganze von vorne. Gut, jetzt kennen wir das von sie ja schon. Von daher dürfte das ja auch ein wenig einfacher werden. Oh, jetzt hat er sich in den Kopf gestoßen. Ähm, nun gut. In einer Feuerfaust in Richtung... Himmel, Hölle, was auch immer. Hm, da geht nichts mehr. Ich hoffe mal, diesmal trifft er nicht so gut. Ähm, nein, 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 nicht meine Kiste. Du, Saftnase, du kriegst nicht meine Kiste. Hat er ihn wieder umgebracht? Ah, nein, zum Glück nicht. Das heißt, ich habe noch einen Worm mehr, den ich benutzen kann. Ähm... Ja, mal sehen, was ich draus mache. Vielleicht nicht viel, vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Ähm... Auf jeden Fall werde ich da versuchen, eine Granate zu setzen. Ist zwar... Ein bisschen, ja, aber... Es hat funktioniert. Ich habe dem ein bisschen was gezogen. Nein, jetzt nimmt der T-Tier aufs Kron. Äh... Na gut, ich bin nur runtergefallen. Von daher... Nicht ganz so schlimm. Okay, jetzt gibt's... Da eine Kiste nochmal. Und für den hier würde ich mal sagen... Gibt's noch eine Granate? Ah, jetzt hängt er irgendwo da drüben. Solange ich die mit Granaten bearbeiten kann, ist alles okay. Nein, 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 nicht darüber, nicht darüber, nicht darüber. Verdammt. Verdammt. Ja, der Teufel wird dich holen. Ja, ja, den Käpt'n überschaffen ist gut, ist gut. So. Kann ich was an der Höhe ändern? Ähm... Äh... Ist ja egal. Hallo? Dann... Mach mal so. Und der bleibt einfach hier stehen. Dann geht auch nichts schief. Hoffe ich zumindest. Ah, jetzt nimmt er die Bazooka und... Schießt auf... Aber trifft nicht, zum Glück. Naja, drei Leben. Naja... Ah, hier hinten ist noch eine Kiste. Die hätte ich doch noch gar nicht gefunden. Ähm... Aber es sind ja überall eh nur Granaten dran. Also von daher... Ist das fast schon uninteressant, die Kisten einzusammeln. Noch eine Granate. Noch eh noch. Was da unten ist? Keine Ahnung. Da ist noch was. Okay, dann probiere ich jetzt mal... den da oben... runter zu kriegen. Ja. Na endlich. Na endlich. Ist er mal direkt im Wasser gelandet. Ich hoffe mal, jetzt kriege ich... äh... den, der daneben steht gerade. Als... äh... genau den da wollte ich haben. Denn dann kann ich... erst mal den Walten einsammeln. Und dann mit der Granate... kann ich stehen an. Wenn du äh... äh... nicht ins Wasser fegen gerade. Dafür habe ich wieder zu blöd geworfen. Aber... Oh, da hängt gerade was. Ähm... Nein. Nein, 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 nein. 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 Ja. Ein Glück, der hat mich nicht ins Wasser gehauen. Dafür kriegt ihr gleich eine Granate verpasst. Hm. Das hoffe ich zumindest. Also jetzt ist Pepper dran. Erstmal... die Kiste. Dann gucken, dass ich darüber komme. Eine Kunde. So ganz einfach. Palme. Palme heißt die Lösung. So. Verstärkung ist angekommen. Noch mehr Granaten. Ähm. Nein, das riskiere ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, da hinten ist noch irgendwo eine Kiste. Dann kann ich versuchen, die zu holen. Ähm. Ja. Letzte Kiste noch geholt. Hinter der Palme versteckt, damit mich keiner so schnell trifft. Äh. Ich hoffe, der will jetzt nicht TJ abknallen. Nein, will er nicht. Dafür ist die Rakete zu stark geschossen. Er will Pepper zerlegen. Und dann schafft es auch. Denn da unten drunter ist knapp noch ein bisschen Wasser. Okay. Dem verpassen wir jetzt eine Bazooka. Aber keine Leertaste drücken. Keine Leertaste drücken. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil... Leertaste ist in dem Fall feuern. Ja, ist okay. 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 Ja. Gut. Alles klärchen. Und dann noch eine Granate. So. Und jetzt geht's ab hier runter. Dann hol ich mir noch das Teil. Ach, ein Jetpack war das genau. Komme ich denn auf das Schiff rauf? Baby, do you remember me? Oh. Das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Wenn der mich jetzt da trifft. Ach Gott, nein. Oh, der hat noch eine Feuer... Was? Hä? Nein, 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 nein. Alter Schwede, ey. Ich glaube, ich nehme das Jetpack fürs aufs Schiff kommen. Gut. Jetzt stehe ich neben... ...Tü... ...Tü... ...Foid. Und... ...werde ihm eine Granate mitten vor das Gesicht legen. Ich hoffe, ihm gefällt das. Hey, Bruder! Wow, shit! Nein! Das wird langsam lächerlich. So, als nächstes dürfte ich mit TJ dran sein. Auf was schießt denn der jetzt? Okay, die kommen doch wieder zurück. Ah. So. Hey, Bruder! Gut, dann... ...Wieder ab... Nein! Oh, fuck.